Woche 42 Jenseits von Friede ist Liebe Aber nicht die Verschmelzung im Sinne einer Auflösung, sondern im Sinne der Harmonie mit Krishnas Absicht. Es ist die Einung der Liebe. Es ist die Erfahrung, dass die beiden, der Liebende und der Geliebte, niemals zu trennen sind. Denn selbst in Zeiten der äußeren Trennung bleibt die Liebe zwischen ihnen. Einheit ist nie verschmelzen als vielmehr Einklang. Ein Ineinander und Zusammenschwingen zwischen Seele und Gott. In der Musik ist es die Erfahrung der unterschiedlichsten Einzeltöne als Gesamtharmonie. Es ist also nur ein Zurücknehmen des falschen Ich-Gefühls der Seele und nicht die Negation der ewigen Individualität. Dieses unendliche, alldurchdringende Licht der Gnadenstrahl ist erst die Vorhalle der Gottesbegegnung, die Aura Gottes, das Brahman. Eine allergrößte Herausforderung auf dem inneren Weg ist das Wagnis, bei diesem Wunderbaren nicht stehen zu bleiben und sogar zu beten, dass Gott selber diesen Schleier des erstaunlichen Lichtes wieder wegnehmen soll. In Klammer, siehe Isopanishad, Vers 15. Es scheint fast unmöglich, diesen Zustand unermesslichen Glückes einfach wieder zu verlassen. Doch das stille Gott-Dienen erst überwindet diese letzte Selbstzentriertheit, die eine Selbstzufriedenheit darstellt und somit noch immer eine Seva-Vermeidung. Liebe sehen sich nicht nach Friede, sondern nach selbstlosem, ununterbrochenem Dienen. Denn Friede wäre die letzte Bastion der Eigensucht. Die Natur der Seele ist dieser ewige Liebesdienst. Die Sehnsucht des Innersten zielt immer nach Liebe und nie nur nach der Entledigung aller Beschwernisse. Die Verkörperung dieses Liebesdienstes ist Srimati Radharani. Im Dienst zu ihr beginnt diese Seva-Bhav. In Klammer, Stimmung des selbstlosen Gott-Dienens. Im Dienst zu ihr beginnt diese Seva-Bhav ins Unendliche anzuwachsen. In Klammer, Seva-Bhav, Stimmung des selbstlosen Gott-Dienens.